Musik Kennen Sie das? Ihr Handy lädt nicht auf, obwohl das Ladegerät angeschlossen ist. Man überprüft natürlich zuerst das Kabel und den Stecker, aber was, wenn das alles in Ordnung ist und das Handy trotzdem nicht geladen wird? Des Rätsels Lösung, es kann auch an einem verschmutzten Ladeanschluss liegen. Um zu überprüfen, ob das tatsächlich der Fall ist, benötigen Sie nur eine Büroklammer. Liegen Sie die so zurecht, dass sie wie eine Angel aussieht und reinigen Sie damit vorsichtig den Ladeanschluss am Smartphone. Manchmal ist es wirklich erstaunlich, was sich dort so alles ansammeln kann. Und dann ist auch schnell klar, warum der Strom nicht am Akku angekommen ist. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020